Hallo und willkommen zurück zu Let's Battle MW3 mit Kevlon King Hey Leute Und diesmal spielen wir mit der Waffe G36C, was ich weiß Ja So Und go Mit, ich glaub das ist eine MP-Granate oder Blank-Granate Ähm, ich glaube Rauch-Granate, ja Rauch-Granate Achso, ah, achso, okay Na so, Rauch gar nicht noch geiler, ah, kuck Hilfe Ah, dies ist jetzt schon wieder falsch Au Das hat weh Yo, leck, Mama, Pipo Fänge super an, Leute, oh man Das geht ja, ne Leck mich doch Wo guckt der herum, der Kollege Alter What the Fuck it Mann, Anus Anus Alter, du gehst mir jetzt auf den Keks, Kollege Fuck you Fuck you Ich wusste es, dass du hier oben bist, aber nö Was denn jetzt schon wieder? Hä? Fuck it, wo? Kleinsten Winkel, Alter Fuck Fuck. Ja komm! Komm du! HALTER! Fuck. Leute, was soll ich machen? Ich hab dann. Yes! 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 Ja! Geil! Ah man! Erzähl anix! Fuck! Ich hab fast keine Muni! Ich hab keine Muni mehr gehabt! Na toll! Ja, weil ich den nicht gesehen hab! Alter! Leute, ich hab vorher online gespielt, aber irgendwie klappt das nicht so richtig hier! Kennst du dich aus? Fuck! 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 Das erschreckt mich! Darf nicht wahr sein! Ja, du musst natürlich ein geister Spieler! Ja! 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 Ja Leute, tut mir leid, aber ich bin irgendwie richtig scheiße im Moment! Ach fuck! Hä? Ja! Ich hab das nicht gesehen! Ja! Ich hab das nicht gesehen! Ja! 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 Die Waffe, die kann! Alter! Das ist doch hammerhart! Samar! Wie siehst du mich so schnell? Ja! 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 Geht doch! Mann! Alter, hast du eine E-Mail? Ich glaub nicht, dass du online gespielt hast! Das ist halt... WTF? Ich muss jetzt alle anschauen, oder was? WTF? WTF? Letzter Schuss! Nicht schlecht! Nein! Warum liege ich denn, ich trottel? Ah, ich bin groß im Gesicht! Das ist schön! Oh oh! Ah fuck! Ich hab dich gesehen, Alter! Fuck off! Das bringt mir auch nichts! Was? Leck mich doch! Wo bist du? Hedgehot! Ich war gedruckt und er bringt den Hedgehot an, was soll denn das jetzt? Alter! Ah fuck! Nein! Aua! Das tut weh! Scheiße! So knapp! Naja! Okay! Einen Kilo, na super! Das kann ich vergessen! Leute! Leute! Ich seh nichts! Äh, hier! Boah! Huh! Run, Vega! Run, Run, Run! Alter! Das gibt's nicht! Das gibt's echt nicht, Alter! Sehr schön! Auf weg, Alter! Ja! Oh fuck! Sackgasse! Wow! Pfff! Ich hab Angst! Weiß nicht, was ich machen soll! Leute! Äh! Das ist doch nicht dein Ernst! Wir wollen! Der Vollidiot hat ihn der Luft nachgeladen, Alter! Wat für'n Trottel! So! Aber gut! Aber gut! Kann man nichts machen! Okay! Das war wieder mal! Ich hab keinen Plan, welcher Part das ist! Aber, naja! Dann sehen wir uns beim nächsten Mal! Von Let's Battle MB3! Also! Vega sagt Ciao! Das war wieder mal! Dann sehen wir uns beim nächsten Mal!